Wenn ein paar Elementar-Zauber dabei sind. Da war ein Elementar-Zauber dabei, ein Feuerschlag. Ah ja. Kann nicht sogar gebrauchen. Ich hatte vorhin noch eine Feuerwelle dabei. Ja, habe ich gesehen. Oh, der Süden ist relativ... ...leer jetzt. Ey, wie wir von solchen riesigen Massen auf so eine kleine Zahl gekommen sind. Aber es ist doch toll zu sehen, wie man... ...sich gegen solche riesigen Massen behaupten kann. Da soll keiner sagen... Da soll mir keiner sagen, dass etwas unmöglich ist. Nichts ist unmöglich, das ist der Beweis. Toyos. Hab ich... Nein, ich hab... Wo ist die? Ich versuche die einzufringen Eiswellen. Also zumindest die vorderen hier. Ja, da kommen meine 10 Eisen. Ich brauche. Hast du schon Segnung bereit? Wenn du... Nein, eben noch nicht, das ist das Problem. Kannst du ja erst mal mit Wellen weitermachen. Falls du sehen solltest, dass... Ey, das hier sind fast keine mehr, wir könnten jetzt durch. Ah nee, das nee, wir bleiben so stehen, oder? Wir bleiben so stehen, oder? Wir sind gerade gar keine mehr. Guck mal. Wir bleiben so stehen, bis ich wieder volles Leben habe. Wir haben es geschafft, dass gar keine Zwerge mal hier sind. Wir kommen alle wieder. Wenn ich jetzt noch wüsste, ob irgendwo noch ein Lagern brennenden Fels ist, das wäre... So, jetzt... Jetzt sind sie erst mal hier wieder da, aber ich habe wieder volles Leben. Und wenn du beim nächsten Mal siehst, dass du hier mich mit erwüchterst, sag mir Bescheid, da kann ich Zuflucht machen, da habe ich hohe Resistenz gegen Magie da. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das auch öfters gar nicht mehr so... Und das gar nicht mal so viel bringt. Näh. Nee, wenn nicht mehr solche Massen da stehen... Was wollt ihr wo sonst? Ich bin echt gespannt auf die Endstatistik. Oh ja. Ich bin gespannt, wie viele Truppen wie insgesamt erledigt haben. Oh, jetzt werden wieder mehr. Aber es ist doch mal toll, dass so eine... dass eine Spellforce-Aufnahme nach so... naja, in langer Zeit ist relativ, aber... dieser Zeit gleich so episch. Oh ja. Episch ist das richtige Worte. Okay, was ist das? Meine Kyler-Zucht ist fast fertig. Ich muss eigentlich immer nur noch fast irgendwie bisschen lachen, wenn ich mir vorstelle, dass du die ganze Zeit das Tengt hast und zwar, alleine. Ja, aber ich habe auch immer noch mit einem Gegner gleichzeitig zu tun. Ja, deshalb, ja, deshalb Kunst wie ein Tengt. Die Linien müssen halten. Äh, was ich mich mehr, was mich mehr interessiert, Cross, wie viel Leben hat ein Avatar? Äh, ich guck grad, jetzt mal nicht allzu viel, bitte. Äh, 598. Dann hab ich am meisten Leben von uns allen. Wieso, wie viel hast du? 986. Gut schon. 278. Ich hab immerhin noch viele Sachen, die mir Ausdauer bringen, das ist mir eigentlich auch beim Marker ziemlich wichtig, weil der muss auch irgendwie ein bisschen was aushalten. Ja. Ein Durandinger muss da bei dir extrem aufpassen. Das kleinste Bisschen in seinen Hälften ist. Der PvP, der kann so schnell umkippen. Die Linien müssen halten. Ich hab da so eine Idee. Was habt ihr für eine Rüstungsklasse, würde mich mal interessieren. 195. Ich guck gerade. Das ist ein Hälterhalt. 227. Ah, da ist einer auf der anderen Seite des Passes fast angekommen. Ich mach mich mal auf den Weg. Ich bin bereits angekommen. Jawohl. Reservebataillon ist auf dem Weg. Lauft. Oh, was war das? Was war was? Ist krass. Jetzt im Spiel oder richtig? Ja, im Spiel. Da waren gerade so viele Meldungen. Ähm, Siegel der Ewigkeit und Essenzhelm. Krass, da kommt mir was entgegen. Wo kommt mir was entgegen? Oh, ich sehe es. Ich hab hier Blut. Wo sind die Gegner? Äh, Krass, ich würde nicht zu übermütig im Osten werden. Wo sind die Gegner? Ich hab nicht erwartet, dass da jemand stand. Zu meiner Veteiligung. So. Eine wandelnde Festung kommt da. Ja. Das ist gut. So. Wir machen hier jetzt im Süden klar Schiff. Wir werden angegriffen. So. Astrid, du machst jetzt den Süden hier leer. Ja. Sturmgefuhr macht das Lagerblatt. Wie viele Leute sind das nur relativ wenig Leute, die du da hast. 30 sind es gleich. Ach so, da ist es. Und die Schwarmeinheiten sind auf dem Weg. Warte mal, ich würde noch gerne meine Schwarmeinheitenpläne auch einsortieren. Ja, es funktioniert. Ich muss jetzt mal alles im brennenden Fels abklappen, ich weiß, ob ich noch ein paar Jahre alt ist, das ist gut, 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 das ist gut. Ich würde auch wirklich sehr gerne langsam zum Ende kommen. Ja. Ich bin dabei. Die wandelnde Fettung steht unmittelbar hinter mir und macht das Gebäude platt, aber das ist gut. Aber das ist knapp, oder, dass das genau so passt? Ja. So, Raste, jetzt musst du die dort noch plätten und dann können wir eigentlich schon, jetzt musst du die plätten, die unmittelbar davorstehen und dann können wir den Rest noch fertig machen. Weil ich glaube, hier steht nämlich noch ein Zwergenlager irgendwo, noch ein Zwergenlager. Es ist nicht nur das eine, das ist nur das zweite. Vielleicht mit Bellen. Ruhnenkrieger, zu mir! Ruhnenkrieger, zu mir! Ich habe da eine nette andere Idee. Ruhnenkrieger, zu mir! Ruhnenkrieger, zu mir! Ruhnenkrieger, zu mir! Ruhnenkrieger, zu mir! Das ist doch wirklich frei sind von Lagern. Ja, sollte. Boah, oben hinten. Weil da steht ja auch noch einiges. Tor den Feinden! Ja, könnte ich machen. Ä Both North, los! Vorhört! Jawoll! Wo soll ich denn die nun hinschicken von Norden oder Süden? Children, den voirrenザellenaz champigen und schützen! Ich würde sagen nach Norden. Das ist ein Hinterhalt! Lauft! Hinterkommen! Zuhalten wir vor! Vorwärts, vorwärts! Lauft! Jawohl! Lauft! Zuhalten wir vor! Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht... Stand halten, Männer! Noch kommt der Mensch! Der Mensch! Drohnenkrieger! Zu mir! Für den Klam! Vorwärts, vorwärts! Die Linien müssen halten! Jawohl! Da wo sind die Gegner? Ich hoffe, dass Giedes nicht mehr als so lange. Hm, ich schaffe auch. Wie viel Platz hast du eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich habe 300 GB bei 3. Reicht für drei Stunden. Lauft! Wir sind aktuell bei... Rost hinter uns! Bisschen weniger 2. Ich sehe es... Bin schon auf halbem Weg! Ich glaube... Ich glaube, ich glaube, es wird jetzt eine Geldaufnahme gemacht, dass wir nicht mehr zu episch geworden. Oh nein! Oh nein! Das können wir bei... Wir sind jetzt wieder in Folgen drin, wo Spellforce wieder Hauptprojekt 1 ist. Ja... Okay, ihr macht das gut! Wo schickst du deine Truppen jetzt hin? Hast du? Ähm... Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, dass wir das denn einfach mal im Süden denn alles platt machen. Nee, willst du... Wie willst du denn... Wie willst du denn den Süden platt bekommen? Du läufst denen doch mitten in die Arme. Wie viele Lager sind denn da? Zu den Waffen! Lauf! Du müsstest mitten in den Strom durch. Vorsicht, Gegner! Im Süden gibt es die meisten Lager. Ungefähr so viele wie im brennenden Fels und im Norden zusammen. Man könnte es auf ungefähr 8 Stück schätzen. Na gut, dann nach Norden. Lauft! Ich würde mal sagen, ihr könntet ruhig schon mal ein bisschen vorstoßen. Hier da im Norden. Wir sind gerade noch ein bisschen, Chef. Wo sind die Gegner? Jawohl! Hm, vielleicht beschäftigt dich nicht. Jetzt stehen wir hier nur noch zu zweit, weil ich meine Truppen abgezogen habe. Zwei Leute allein verteidigen. Brunnenkrieger zu mir! Den Stellungskrieg. Die Südfront. Alter Fuck! Ich glaube, du solltest einfach mal irgendjemanden, der Spellforce so mal spielt, den du irgendwie mal so kennst, irgendwie mal sagen. Ja, ich glaube, wir haben zu zweit eine ganze Stellung gehalten. Wir haben zu zweitgegeben gefühlt 100 Prozent. Die Totems haben ja eigentlich nicht. Nein, ein bisschen haben sie mit Golf, aber... Nicht so viel. Wenn wir hier zu zweit stehen und du hier stehen bleibt, brauchen wir die Toten auch nicht. Ja. 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 Ja.